Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajba'in amma ba'd. Gehrte Geschwister, nachdem wir im letzten Unterricht über den Vorzug des Monats Ramadans gesprochen haben, dem Fastenmonat Ramadan und dass das Fasten in diesem Monat eine Pflicht ist und dass der Monat Ramadan der beste Monat des Jahres ist, in dem der Koran hinabgesandt wurde, dass in diesem Monat die Tore des Paradieses geöffnet werden und die Tore der Hölle verschlossen werden und dass Allah Ta'ala jede Nacht von seinen Dienern welche auserwählt, die er vom Höllenfeuer befreit. Nachdem wir dies alles gelernt haben und auch gemeinsam besprochen haben, wie wir diesen gesegneten Monat zu begrüßen haben und zu empfangen haben, werden wir heute mit Regelungen fortfahren in Bezug auf diesen Monat und das Fasten in diesem Monat und allen Thematiken, die mit dem Fasten in diesem Monat zu tun haben. Denn das Fasten, welches eine von den Säulen des Islams darstellt, hat Regelungen. Und wir werden uns an das Buch von Al-Allame Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'adi rahmallahu ta'ala halten, insha'Allah. Al-Imam al-Sa'adi rahmallahu ta'ala ist 1957 verstorben und er war einer der Lehrer von Al-Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin und er hat auch viele weitere heutige großartige Gelehrte ausgewildert. Er war der Sheikh vieler heutiger Gelehrte. Und ebenfalls habe ich das Buch Al-Delilu ala Manhaji Salikin zurate gezogen, weil der Muellif, der Autor des Buches Manhaji Salikin, und das ist üblich bei Fiqhwerken, werden nicht immer Beweise erwähnt. Und das Buch Al-Delilu ala Manhaji Salikin hat es sich zur Aufwärmung gemacht. Die Beweise, die nicht erwähnt worden sind, nochmal hinzuzufügen. Also somit haben wir insha'Allah ein komplettes Paket. Der Autor, der Muellif, Al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'adi rahmallahu ta'ala sagte, Kitabu Siyam, das Buch oder Kapitel des Fastens. Was bedeutet Fasten? Denn die Gelehrten, wenn sie mit einem Thema anfangen, beginnen sie oft mit Begriffserklärungen. Was bedeutet Fasten? Wir definieren dies zweierlei. Einmal Loraten, also sprachlich gesehen, und einmal Istilahan, also in der Fachterminie, beziehungsweise Fachdefinition, Fachbegriff. Was bedeutet As-Siyam oder As-Saum? Loraten, also sprachlich gesehen. Nein. Das man etwas unterlässt, dass man sich etwas entsagt. Auf Arabisch, Al-Imsaqu An-Ishay, dass man sich eine Sache enthält. Das heißt As-Siyam. Und Istilahan, also in der Fachterminie, bedeutet, wer weiß es? Und zwar, As-Siyam bedeutet in der islamischen Fachterminie, eine Anbetung Allahs durch das Enthalten von Speise und Trank und all das, was zur Folge hat, dass Fasten gebrochen wird, beginnend von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Das ist die Definition des Wortes As-Siyam. Und das Wort Saum kommt im Koran auch vor, aber mit einer anderen Bedeutung wie das Fasten. In Surat Maryam sagt Allah, Allah Ta'ala sagt, Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Al-Abama ein Fasten gelobt. So werde ich heute mit keinem Menschen sprechen. Diese Art von Fasten, die hier gemeint ist, ist das Entsagen von Sprechen. Das heißt, wenn du eine Sache unterlässt und nicht machst, dann ist das quasi ein Fasten. Aber wenn wir in der islamischen Definition von Siyam sprechen, was meinen wir? Wir meinen damit Uruç, was als Türkisch bekannt ist. Also Fasten, dass man nichts isst und trinkt und auch die anderen Annullierer des Fastens nicht begeht. Was ist das Urteil vom Fasten? Was ist der Hukum? Ist dies freiwillig? Ist dies Sonnen? Ist dies Pflicht? Hassan? Ist eine Pflicht. Ist es Wajib. Ist eine Pflicht. Und gehört auch zu den fünf Säulen des Islam. Der Beweis dafür ist der Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Bunya al-Islamu ala khams. Der Islam basiert auf fünf. Der Islam wurde auf fünf aufgebaut. Das Zeugnis, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und das Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allahs ist das als erstens. Wa iqam al-salah, das Verrichten des Gebets als zweitens. Wa iqam al-salah, die Entrichtung der Pflichtabgabe der Zakat, drittens. Wa saumi Ramadan, das Fasten im Moment Ramadan als viertes. Und fünftens, wa hajj al-bayti li mani sata ilahi sabila. Und die Pilgerfahrt zum Hause Allahs, für denjenigen, der dazu imstande ist, als fünftens. Überliefert bei al-Bukhari und Muslim. Der Mu'allif rahimullahu ta'ala, der Autor sagte, Al-aslu fihi qawlu hu. Die Grundlage des Fastens ist die Aussage Allahs. Ya eyyuhal ladhina amanu, kutiba alaikumussiyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum. Oder ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Wir entnehmen aus diesem Vers zwei Nutzen. Der erste Nutzen, Allahs.a. sagt, kutiba alaikum, vorgeschrieben ist euch. Und dies leuchtet darauf hin, dass dies eine Pflicht ist. Und dann sagt Allahs.a. gegen Ende des Verses, la'allakum taddakun, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und das ist auch der Grund des Fastens, dass wir unsere Gottesfurcht vermehren. In diesem Vers sagt Allahu Ta'ala jedoch, kutiba alaikumussiyam, Vorgeschrieben ist euch das Fasten. Aber Allah-u Teala erwähnt hier nicht, welches Fasten. Aber im Vers danach, was sagt Allah? Allah-u Teala sagt, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Wer von euch anwesend ist in diesem Monat, damit ist der Monat Ramadan gemeint, فَلْيَسُمْ soll diesen fasten. Das sind die beiden Beweise, der Hadith von Abdullah ibn Umar, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا und der Vers aus dem Koran, dass das Fasten eine Pflicht ist. Allah-u Teala erwähnt also erstmal die Information, dass es Pflicht ist und zweitens auch die إِلَّة, also die Hikmah, die Weisheit des Fastens. Und zwar Allah-u Teala sagt, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ damit ihr, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Allah-u Teala befiehlt im Koran die Taqwa, indem er beispielsweise sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und sagt treffende Worte. Wenn Allah-u Teala also eine Sache uns befiehlt, so lässt er uns auch nicht einfach so bloß da stehen, sondern zeigt uns auch und lehrt uns auch, wie wir auch die Sache zu erreichen haben. Und eine der Sachen, wie man die Gottesfurcht erreichen kann nun mal, ist das Fasten. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Der Mualif, رَحِمُ اللَّهُ تَعْلَى nachdem er den Vers aus dem Koran erwähnt hat, über die Grundlage des Fastens, was die Beweislage dafür ist, erwähnt er nun, für wen dies dann alles verpflichtend ist. Denn Allah-u Teala sagt uns, das Fasten ist Pflicht und was die Weisheit dahinter und dann erwähnt Allah-u Teala auch, für wen. Denn das Fasten, liebe Geschwister, ist nicht Pflicht für jeden. Es gibt Leute, die sind davon ausgenommen, richtig? Wir werden aber zuerst einmal auf die Leute eingehen, auf die es verpflichtend ist. Für die es verpflichtend ist, zu fasten. Der Mualif sagt, وَيَجِبُ السُّيَمُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِرٍ قَادِرٍ عَلَى صَوْمِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ اوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلِثِينَ يَوْمًا Das Fasten ist verpflichtend für jeden. Erstens Muslim. Zweitens, der sich im reife Alter befindet. Drittens, der bei geistigem Verstand ist. Viertens, der, der gesundheitlich uneingeschränkt ist. Und fünftens, ja allgemein, wenn der Monat Ramadan eingetreten ist durch die Sichtung des neuen Mondes oder die Vollendung der 30 Tage des Monats, falls man am 29. den Mond nicht sieht. Wie sagt man, dass das Fasten Pflicht ist für diese vier Personen? Der fünfte ist ein Schart. Was die erste Person angeht, so muss diese Muslim sein natürlich. Für den Muslim ist das Fasten verpflichtend. Und für den nicht Muslim, dieser wird hierfür nicht belohnt. Aber was hat es mit der Thematik Aufsicht? Der Muslim ist dazu anbefohlen worden, die Befehle Allah-u-Talas durchzuführen. Richtig? Beispielsweise, wir Muslime müssen das Gebet verrichten. Wir müssen im Mond Ramadan fasten. Wir müssen die Sekar entrichten. Gilt diese Pflicht aber auch für die Nicht-Muslime? Bitteschön. Die gilt auch für die Nicht-Muslime. Der einzige Unterschied jedoch ist, dass man sie nicht dazu aufruft. Allah-u-Talas sagt, Sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen. Die Gläubigen werden in Jannah sich gegenseitig fragen nach den Übeltätern, die sie in der Dunja zuvor kannten. Und sie werden sich fragen, und ausrufen zu denjenigen, die im Höllenfeuer sind, was hat euch in Saqqar geführt? Saqqar ist eine Stufe in der Hölle. Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Und wir pflegten nicht, den Armen zu speisen. Und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten. Und wir erklärten den Tag des Gerichts für Lüge. Der springende Punkt unter anderem ist auch der letzte Satz hier. Und wir erklärten den Tag des Gerichts für Lüge. Diese Person ist Kefir Aslan. Jemand, der nicht an den jüngsten Tag glaubt, ist Kefir. Also ist ein Ungläubiger, nicht Muslim. Aber was war ihre erste Antwort gewesen, warum sie in der Hölle sind für Ewigkeiten? Wir haben nicht gebetet. Somit sehen wir, dass die Regelungen der Sharia, die Gesetzgebung, auch gelten für die Nicht-Muslime. Sie werden nicht nur einmalig bestraft dafür, dass sie Ungläubige waren, dass sie vielleicht nicht an Allah glaubt haben, oder den jüngsten Tag für Lüge erklärt haben, sondern vielmehr werden sie auch dafür bestraft, dass sie nicht gebetet haben, nicht gefasst haben, nicht Säcke ergeben haben, und so weiter und so fort, nicht die Hatsch gemacht haben. Aber in Dunya werden sie dazu nicht aufgefordert. Das heißt, du gehst nicht zu einem Christ und sagst, warum fasst du nicht im Ramadan? Das macht man nicht. Warum? Weil er sowieso keinen Nutzen davon hätte. Es würde sich nichts an der Bestrafung ändern. Allah-u-Talá sagt im Koran, وَمَا مَنَعُهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَا بِالرَسُولِهِ Und nichts anderes verhindert, dass ihre Ausgaben von ihnen angenommen werden, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen. Das heißt, die Tat von jemandem, der Allah und seinen Gesandten verleugnet, wird nicht angenommen, daher muss man Muslim sein. Und für den Muslim ist das Fasten verpflichtend. Was ist der zweite Punkt? Wer kann sich daran erinnern? Der erste Punkt war, dass man Muslim ist. Zweitens, bitteschön, dass man Bärlir ist, dass man sich im Reiferalter befindet. Wann befindet der Muslim sich im Reiferalter? Bitteschön nachher. Eintritt der Pubertät, richtig. Wie wird dies definiert? Das ist ja das Reiferalter. Wie wird dies aber definiert? Es gibt drei Punkte. Hassan. Bei der Frau ist dies die Menstruation, richtig. Bei der Frau ist dies die Menstruation, richtig. Weil der Meni schon verloren ist, dass die Ehe kreativ ist. Genau. Huruljul Meni, dass Ejakulation auftritt. Und dass Schambehaarung, dass Schambehaarung sichtbar ist. Und falls Punkt 1 und 2 nicht zutreffen, das heißt, wenn keine Ejakulation da ist und auch nicht Schambehaarung vorhanden ist, dann, sobald die Person das 15. Lebensjahr erreicht, dann ist er automatisch. Eine Person kann vielleicht krank sein, eine Wachstumsstörung haben, also Kleinwüchsige. Die haben vielleicht weder Bart noch Schambehaarung, aber die sind geistig, sind sie bei Verstand. Und sobald diese Person 15 ist, wird diese Person als reif angesehen und gilt auch als Mann beziehungsweise auch als Frau. Dass man Balir ist. Das ist der zweite Punkt. Ein Beweis hierfür ist der Hadith und auch für den dritten Punkt. Der dritte Punkt ist Aqil, dass die Person geistig bei Verstand sich befindet. Und der Beweis für Punkt 2, Balir, also Reiferalter, und Punkt 3, dass die Person bei geistigem Verstand sich befindet, ist der Hadith von Aisha radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam aqal, rufi al qalemu an thalathin, anin naimi hatta yastaiqid, wa anis sahriri hatta yakbur, na im anderen Lafz yahtalim, wa anil majnunu hatta yafiq au yaqil. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam er sagte, der Stift ist aufgehoben, also der Stift, der die Taten aufschreibt, von drei Personen. Die erste Person ist der Schlafende, bis dieser aufwacht. Die zweite Person ist das Kind, bis dies das reife Alte erreicht. Und drittens, der, der seinen Verstand verloren hat, bis er dies wieder erlangt. Dies der Beweis für Punkt 2 und 3, dass das Fasten Pflicht ist für diese beiden. Dann der vierte Punkt, qadirin ala assawm, qadirin ala assawm, gesundheitlich uneingeschränkt, dass man also keine Hinderungsgründe hat, gesundheitlich gesehen. Ein Punkt, den man noch erwähnen kann, ist, dass manche Gelehrten den zweiten Punkt, Baalir und Aqil, zusammenfassen als ein Punkt. Und die nennen das At-Taklif, dass jemand quasi schuldfähig ist im Islam. Das heißt, dass man sich nicht wundert, wenn man eine andere Art von Definition sieht, dass man sagt, Das Fasten ist verpflichtend für den Muslim, für den Mukellif, da werden diese beiden Punkte zusammengetragen, qadirin ala assawm, und für denjenigen, der gesundheitlich auch dazu imstande ist. Und dies aufgrund von, eine Person kann gesundheitlich nicht dazu imstande sein, aufgrund von zwei Sachen, einmal gesundheitlich gesehen aufgrund einer Krankheit oder aufgrund von Altersschwäche. Allah Ta'ala sagt, لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ebenfalls sagt Allah Ta'ala im Koran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَاِدَّتٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten beziehungsweise nach Fasten. Und dies ein Beweis dafür, dass jemand, der nicht dazu imstande ist, sei dies gesundheitlich gesehen oder aufgrund von Altersschwäche, weil er alt ist, dass er nicht zu Fasten braucht. Der fünfte Punkt war gewesen, der Monat Ramadan tritt durch zwei Sachen auf. Der Monat vor dem Monat Ramadan ist der Monat Sha'ban. Entweder sieht man den neuen Mond, die neue Mond-Sichel am 29. Abend vor dem Maghrib, dann weiß man, dass der Monat Sha'ban nur 29 Tage hatte und der Tag daraufhin ist was, ist dann der erste Ramadan nach Maghrib. oder man hat ihn nicht gesehen, dann braucht man am 30. den Mond quasi nicht mehr zu sichten, weil dann ist Ramadan. Dann war der Sha'ban 30 Tage und der Tag daraufhin ist dann der Monat Ramadan. Wie verhält es sich jedoch mit der Sichtung? Das ist eine Frage, die viele Brüder stellen. Reicht es aus, dass ein Land auf sich hält und das gilt dann für die ganze Welt oder jedes Land guckt für sich oder Länder, die in einem gewissen Horizont sich befinden, dass ein Land für die nah umgebenden Ländern ausreicht? Da gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber die bekannteste Meinung und auch inshallah korrekteste ist, dass jedes Land für sich selbst guckt. Dass jedes Land für sich selbst guckt. Danach erwähnt der Muallif Rahimullah Hadith des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ida raeitumuhu fasumu wa ida raeitumu faafdiru fain rumma alaikum faqdiru lah muttefaqun alaih wa fi lafzin faqdiru lahu thalathin wa fi lafzin faekmilu wa ida ta sha'abana thalathin rawahuma al-bukhari Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, fastet, wenn ihr den neuen Mond seht und bricht euer Fasten, wenn ihr ihn seht. Und wenn es bewölkt ist, dann lasst die Anzahl der Tage scha'abans auf 30 vollenden. Das heißt, am 29. des scha'abana halten die Muslime ab dem Asr Aussicht, ob sie den neuen Mond sehen. Sollten sie ihn sehen, ist der Tag danach der erste Ramadan. Falls das Wetter jedoch bewölkt ist und man den Mond nicht sehen kann, dann geht man davon aus, dass der nächste Tag der 30. des Monats scha'abana ist. Wir gehen nun über zur Seite Nummer 2 aus der PDF. Der Mualif r.a. sagte, وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ وَلَا يُقْبَلُوا فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدِلَانِ Der Beginn des Fastens wird durch das Sichten der neuen Mondsichel festgelegt. Durch eine gerechte beziehungsweise vertrauenswürdige Adelperson. In den übrigen Monaten werden jedoch zwei gerechte Zeugen vorausgesetzt. Das heißt, im Monat Ramadan laut der Meinung des Mualif, die ist aber auch eine Meinungsverschiedenheit, werden auch kurz darauf eingehen, insha'Allah. Nach dieser Meinung, die der Scheich vertritt, ist es ausreichend, wenn eine rechtschaffende beziehungsweise vertrauenswürdige Person den neuen Mond gesehen hat. Dann ist dies geltend für das ganze Land. In den anderen Monaten ist dies jedoch so der Fall, dass unbedingt zwei Adelpersonen, also vertrauenswürdige Personen vorausgesetzt werden. Und der Beweis hierfür ist der Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma, wo er sagte, Tera annasul hilal. Zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam haben die Menschen nach dem neuen Mond Ausschau gehalten. So habe ich so habe ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam Bescheid gegeben, davon unterrichtet, dass ich den neuen Mond gesehen habe, versahme Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mu amaran nasa bis suyam. So hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam dies dann angenommen und hat gefastet und den Menschen auch das Fasten anbefohlen. Das heißt, die Aussage von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu war Genüge. An einem anderen Ramadan kam ein Arabi, ein Wüstenaraber. Es heißt im Hadith Einst kam ein Wüstenaraber zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und sagte, dass er den neuen Mond gesehen hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Bezeugst du, dass niemand das Recht auf Anbetung hat außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin, er sagte, ja, so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Menschen anbefohlen zu fasten. Dies ist die eine Meinung, die besagt, dass eine vertrauenswürdige Person ausreicht. Die andere Meinung jedoch ist, dass dies auch im Mond Ramadan zwei Personen sein müssen, weil die beiden Hadithe belegen eigentlich nicht, dass dies nur eine Person war. Es hätte auch sein können, dass auch andere waren. Ibn Umar sagt ja nicht, er war der Einzige und beim Wüsten Araber wird ja auch nicht gesagt, er war der Einzige. Und daraufhin deutet auch ein anderer Hadith, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn zwei Personen bezeugen, so fastet und bricht das Fasten. Somit ist die wallahu alam sichere Meinung, dass der Mord Ramadan gesichtet wird von zwei Personen, die adl sind, also die vertrauenswürdig sind. Wallahu alam. Dann gibt es noch eine Thematik, das Jaumushek. Jaumushek. Wer weiß, was Jaumushek ist? Tag des Zweifels. Bitteschön. Wir haben den 29. Schabern. Der Neumund wurde nicht gesehen. Dann haben wir den 30. Schabern und der war auch nicht da. Und auch dort wird der Neumund nicht gesichtet. Jetzt kann es sein, dass man bei der Besichtung des Mords Schabern vielleicht sich getäuscht haben könnte. So hat man einen zweifelhaften Tag. Vielleicht war der 29. doch der 28. Und der 30. der 29. Das nennt man Jaumushek. Es könnte sein, dass der Ramadan an diesem Abend der erste ist oder auch nicht. Wie verhält man sich in dieser Situation? Da gibt es zwei Meinungen. Aber die bevorzugte Meinung ist, dass man nicht fastet. Dass man nicht fastet. Und die Gelehrten, die sagen, dass man nicht fastet, stützen sich auf den Hadith von Ibn Abbas, wo der Gesandte Allah sagte, fastet nicht einen oder zwei Tage vor dem Monat Ramadan. Es sei denn, ihr fastet aufgrund einer Regelmäßigkeit und fastet nicht, bis ihr den Neumond seht. Wenn ihr es wegen Wolken nicht sehen könnt, dann vervollständigt die Anzahl auf 30 Tage und brecht dann euer Fasten. Der Monat kann auch aus 29 Tagen bestehen. Denn der Assel vom Monat ist eigentlich 30. Laut den Gelehrten ist der Ursprung eines Monats 30 Tage und die Ausnahme eher ist 29 wenn man den Mond gesehen hat. Das ist die eine Meinung die sichere Meinung aber dann gibt es auch die zweite Meinung dies war die Meinung von Ibn Umar und einigen der Sahaba die trotzdem diesen Tag gefastet haben mit der Begründung es ist mir lieber dass ich einen Tag vom Schaban faste als dass ich einen Tag vom Ramadan nicht fasste dies war eine Meinung hierin gibt es eine Meinungsverschiedenheit wir sagten dass der neue Mond gesichert werden muss für eine Person die Adel ist die vertrauenswürdig ist wie wird Vertrauenswürdigkeit definiert durch zwei Sachen einmal die Religion dass diese Person die Pflicht einhält und keine großen Sünden in der Öffentlichkeit praktiziert das als erstens und zweitens sein alltägliches Benehmen dass diese Person quasi keine Anormalitäten in seinem Verhalten vorweist solange eine Person in seiner Religion rechtschaffen ist die Pflichten einhält und öffentlich von den Kabair von den großen Sünden sich fernhält und auch über sein Achlaq und Adep keine ja nicht schlimmen Sachen bekannt sind so ist diese Person Adel Inshallah dass diese Person ein gewisses Gleichgewicht hat also ausgeglichen auch ist hierin danach sagt der Muellif Es ist verpflichtend die Absicht also die Niya für das Pflichtfasten noch in der entsprechenden Nacht zu fassen wir reden gerade vom Pflichtfasten vom Pflichtfasten im Monat Ramadan hier muss die Absicht schon gefasst sein bevor Fajr ist es kann nicht sein dass er zwei Stunden nach Fajr sich dazu entscheidet jetzt fasten zu wollen dann sagt der Muellif Was das freiwillige Fasten betrifft so ist es erlaubt die Absicht während des Tages zu beabsichtigen was den ersten Punkt angeht dass man für das Pflichtfasten eine Absicht braucht bevor überhaupt die Zeit des Fajrs beginnt so stützen wir auf folgenden Hadith sagt der Gesandte Allah überliefer Abba Ahmed Abu Dawud und Er und weiter der Gesandte Allah sagte wer die Nacht quasi übernachtet das heißt die Nacht ist schon vorbei und er hat keine Absicht gefasst so hat diese Person kein Fasten so hat diese Person kein Fasten kein Fasten für diese Person was jedoch das Fasten angeht welches freiwillig ist so ist erlaubt auch nach Fajr die Absicht zu Fasten der Beweis hierfür ist der Hadith von Aisha radiyallahu anha daqala aliyya an nabi sallallahu aliyya sallallahu sallallahu aliyya sallallahu eines tags kam der gesandte allah sallallahu aliyya sallallahu aliyya aliyya sallallahu aliyya dhuhrgebet sallallahu aliyya sallallahu aliyya salam ihm Bescheid gegeben dass jemand ihn was zu essen geschenkt hat an die familie dann sagte der prophet sallallallahu aliyya sallallam arinihi falakade asbahtu saiman faakala der gesandte allah sallallahu aliyya sallallahu sagte zeig mir was zu essen gibt und hat der prophet sallallahu aliyya sallallahu aliyya gesagt ich war zwar fastend doch dann hat er draufhin gegessen und hat sein fasten gebrochen überliefert bei muslim was die absicht angeht des fastens ein wichtiger punkt vor allem an unsere türkischen geschwister man braucht die absicht für das fasten nicht auszusprechen ja die ist auch eine beda was die niya angeht macht man dies jede nacht oder einmal was sagst du ja es reicht wenn du dir vornimmst den ganzen Ramadan zu fasten und sogar wenn du die Person fragen würdest fasst du morgen was wird er sagen inshallah natürlich er ist sich bewusst dass er morgen sowieso fasten wird oder wenn er zum sahur aufwacht um extra zu essen warum nimmt er seine Mahlzeit zu sich um zu fasten richtig daher ist dies genüge inshallah danach sagt der Muellif rahim allahu ta'ala danach geht der Muellif nachdem er die Leute aufgezählt hat für die das Fasten verpflichtend ist die Kategorien von Personen auf für die das Fasten keine Pflicht ist und beginnt erstmal mit den Kranken für den Kranken der durch das Fasten Scharen befürchtet und den Reisenden ist sowohl das Brechen des Fastens als auch das Vollziehen des Fastens erlaubt Allah ta'ala erwähnt dies auch im Koran wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten beziehungsweise nachfasten so sehen wir dass diese beiden Personen für die es erlaubt ist das Fasten zu unterbrechen es gibt jedoch hier aber verschiedene Situationen es gibt hier verschiedene Situationen was den Kranken angeht so unterscheiden wir einmal ist diese Krankheit schwerwiegend dann fällt ihm das Fasten schwer wenn ja dann ist es für ihn besser nicht zu fasten vor allem wenn er davon einen Schaden befürchtet und was könnte dieser Schaden sein dass entweder seine Krankheit schlimmer wird oder seine Genesung sich verspäten wird in diesem Fall ist für ihm besser natürlich das Fasten zu brechen also nicht zu fasten falls jedoch ein leichtes schnupfen hat die Nase ist nur leicht zu man kann das schon als krank auch benennen für diese Person ist es besser dass man fastet und auch für den Reisenden was heißt Reisender ab wann ist der Muslim Reisender weil es gibt für den Reisenden gewisse Regelungen in der Religion über 80 da gibt es Meinungsverschiedenheiten aber ca. 80 Kilometer plus ist die Person Reisender und darf das Fasten brechen jemand beginnt zu Fasten und nach Duhur reist er beispielsweise von Köln nach Frankfurt die sind ca. 200 Kilometer ist diese Person Reisender oder nicht diese Person ist Reisender warum weil das über 80 Kilometer ist sehr gut aber wann darf er das Fasten brechen erst nachdem er die ca. 80 Kilometer überschritten hat oder schon davor was meint ihr was meinst du schon davor richtig sobald du die bekannten Häuser deiner Gegend verlassen hast das heißt du bist schon auf der Autobahn bist gerade dabei Köln zu verlassen ab da an darfst du dein Fasten brechen danach zählt der Muellif die ehlul er war auf also die leute die entschuldigt sind indem er sagt für frauen während ihrer menstruation oder wochenbett blutung ist das fastenverboten haram und ihnen obliegt die verpassten tage nachzuholen eine frau die ihre menstruation hat einmal im monat und die frau die wochenbett blutung hat nach der geburt nach der geburt hat eine frau eine art von blutung die eine gewisse zeit anhält für diese beiden ist es haram zu fasten und ihr fasten ist auch nicht akzeptiert und beide müssen die verpassten tage nachholen es wurde überliefert von aisha radiyallahu anha dass mu'adha al-adawiyah sie einst fragte sa'eltu aisha ich fragte aisha ma balu al-haidu taqdis sawma wala taqdis salah wie verhält es sich mit der frau die menstruiert während sie ihre menstruation hat so wurde ihr anbefohlen das fasten nachzuholen aber nicht das gebet dieser hadith ist ein bisschen länger aber der springende das aisha sagte also wir haben darunter gelitten wir hatten die situation inne gehabt uns wurde anbefohlen das fasten nachzuholen aber uns wurde nicht anbefohlen vom gesandten das gebet nachzuholen überliefert bei al-bukhari und muslim danach führt der mu'adha fort indem er sagt wenn eine schwangere oder stillende frau befürchtet dass ihrem kind schaden zugeführt wird brechen sie das fasten holen dies später nach und geben für jeden tag den sie nicht gefastet haben einem armen zu speisen dies ist die meinung vom mu'ellif rahmullahu ta'ala dass eine frau die schwanger ist oder eine frau die das kind schon zur welt gebracht hat aber das kind stillt und auf das essen angewiesen ist damit das kind auch was zu essen hat also muttermilch hat und wenn diese befürchten wenn diese Angst haben um ihr Kind was machen diese sie brechen das fasten holen dies später nach und geben für jeden tag den sie nicht gefastet haben eine armen zu spenden hierin gibt es eine meinungsverschiedenheit die bevorzugte meinung ist dass die frau nur arme speist und die tage von ramadan nicht nach zu hat der beweis hierfür ist die aussage von abdullah ibn abbas an sa'id ibn jubeir an abbasin radiyallahu an huma kala li um walad him lahu hub la oh murdi anti min al lazina la yut yut yu yam alayki jazah walayse alayki alqadah überliefert ba'ed dara qutni abdullah ibn abbas sagte zu der mutter seines kindes welch entweder schwanger war oder stillend war du bist von denjenigen die das fasten nicht zu leisten vermögen aufgrund deiner derzeitigen gesundheitlichen situation weil sie entweder schwanger ist oder das kind stillt so obliegt auf dir das speisen von armen und nicht das nachholen des fastens so ist die bevorzugte meinung der gelehrten dass die frau nur diese tage für jeden tag den sie nicht gefastet hat einen armen speist von dem was man normalerweise ist und diese meinung ist auch eine leichtere meinung für die frau denn wenn eine frau fast sagen mal ein jahr schwanger ist es sind neun monate aber der ramadan ist mit dabei die wahrscheinlichkeit ist groß bei neun monaten und dann noch in der Regel wenn sie zwei Jahre das Kind stellt sind das schon drei und dann hat sie vielleicht in der Zeit ein zweites Kind drittes Kind wie soll sie diese Tage dann später nachholen dann dann schwieriger wallah und die gelehrten unterscheiden aber auch folgende Situation wenn die Frau das Fasten unterlässt aufgrund ihrer eigenen Gesundheit nicht wegen der des Kindes oder sie befürchtet für das Kind und für sich solange die Frau nur um ihre eigene Gesundheit fürchtet das heißt die schwangere oder die stille Frau hat nur Angst um ihre eigene Gesundheit was macht sie sie holt die Tage nach und braucht auch nicht zu fasten und braucht auch nicht zu speisen aber sobald sie sich um das Kind fürchtet und für das Wohl des Kindes weil sie gerade schwanger ist oder stillt das Fasten unterlässt so muss sie für jeden nicht gefassten Tag einen Armen speisen wie fällt es sich mit der Situation wenn er ist zum Beispiel um 9 Uhr vormittags nach Frankfurt gefahren kam dann um ca. 11 Uhr an hatte eine Stunde was zu tun bis 12 ist sofort zurück gefahren 14 Uhr war er zurück 15 Uhr war er zurück weil noch ein bisschen Stau war ja somit ist seine Reise zu Ende aber befindet sich immer noch am Tage von Ramadan und er hat sein Fasten gebrochen was macht er was macht legitim gebrochen muss er den restlichen Tag fastend sein nein das ist die korrektere Meinung aber die Gelehrten sagen auch dass diese Person was tun soll das nicht zeigen soll damit man nicht falsch von ihm denkt dann sagt der Muellif Wir haben zwei Personen die der Muellif als Adis erwähnt jemand der also nicht dazu entstanden ist zu fasten der ist nicht in der Lage dazu aufgrund des Alters oder aufgrund von Krankheit aber die Krankheit ist eine von der keine Heilung erwartet wird wir reden hier nicht von einer Grippe das heißt die Person hat eine Krankheit muss regelmäßig Medikamente zum Beispiel einnehmen oder muss so behandelt werden dass das Fasten gebrochen wird diese Person wird auch nie dazu imstande sein das Fasten nachholen zu können aufgrund seiner Krankheit diese Person was macht dieser für jeden nicht gefassten Tag speist einen Amen ein Beweis hierfür ist unter anderem Anas Ibn Malik der ein sehr hohes Alter erreichte gegen seine Endzeit was macht er am ersten Tag von Ramadan lud er 30 Arme ein und speiste sie an diesem Tag und hat somit die Pflicht erfüllt weil er nicht fasten konnte aufgrund seines hohen Alters Dann sagt der Muellif Wer das Fasten bricht muss nur das Fasten für diesen Tag nachholen wenn er dies durch Essen Trinken Absichtliches Erbrechen Blutschröpfen also Hijamah oder Selbstbefriedigung tut Der Muellif hat eine Sache aber nicht erwähnt und zwar dass diese Person auch eine große Sünde begeht dies kann man noch hinzufügen dass diese Person eine große Sünde begeht wir gehen nochmal zurück auf den Satz der Muellif sagt wer das Fasten bricht muss nur das Fasten nachholen bei den Ahnaf ist es so dass wenn das Fasten absichtlich bricht dann musst du zwei Monate fasten aber das ist nicht die Meinung der Jumhur die Rajeh Ansicht also die bevorzugte Meinung ist dass man nur diesen Tag nachholt und eine Sünde begangen hat und noch eine Sache machen muss und wie es ist bereuen weil die ist eine große Sünde eine Kabira und dann erwähnt der Muellif einige Punkte womit man das Fasten bricht und diese ist durch das Essen Trinken absichtliches Erbrechen das jemand sich also übergibt absichtlich Blut schröpfen oder Selbstbefriedigung was den ersten Punkt angeht Essen dass dies das Fasten bricht so ist der Beweis die Aussage Allahs und esst und trinkt bis für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht das heißt ab Eintritt der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang darf man weder Essen und Trinken man darf also nur Essen und trinken bis Eintritt der Morgendämmerung dies der Beweis für also Punkt 1 und 2 Essen und Trinken der dritte Punkt ist und dies ist das absichtliche Erbrechen das heißt wenn dich das Erbrechen überkommt und du brichst ohne zu wollen dann ist dein Fasten schröpfen damit ist schröpfen mit Blut nicht gemeint und nicht ohne Blut dies ist die Meinung des Muellivs hier gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit laut den Hanabila laut der Hanbalitischen Rechtsschule hat 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 Blutschröpfen für denjenigen der es an sich machen lässt und auch derjenige der es macht zufolge dass das Fasten gebrochen wird und der Beweis hierfür ist der Hadith des Gesandten Allah Sallallahu Alayhi Wasallam sowohl derjenige der die Hijama durchführt als auch derjenige bei dem es durchgeführt wird sein Fasten ist gebrochen überliefert bei Al-Bukhari und dieser Hadith ist laut einigen Gelehrten auch Mutawatir also wurde so oft überliefert dass dieser Hadith Mutawatir ist aber die korrekte Meinung besagt dass das Blutschröpfen nicht das Fasten annulliert und darauf stützen die Gelehrten sich auf den Hadith von überliefert bei Al-Bukhari Ibn Abbas überliefert dass der Gesandte Allah sich hat schröpfen lassen während er sich im Ihram Zustand befand und während er fast war und dieser Hadith hebt den anderen Hadith auf denn wenn wir so ein Ta'arud Al-Adilla haben das zwei Beweise die auch authentisch sind augenscheinlich im ersten Blick sich zu widersprechen scheinen wie in diesem Fall weil in diesem einen Hadith sagt der Prophet dass es Fasten gebrochen ist von beiden aber in einem Hadith macht er selber dann gibt es viele Wege wie man versucht aus diesem man könnte sagen Widerspruch im ersten Blick raus zu kommen und wir wissen dass der Prophet im Ihram war aufgrund seiner Hadj das heißt dies war viel später gewesen als die erste Situation daher bedienen die Gelehrten sich der Thematik des Nesr also der Abrogation und sagen dass der zweite Hadith den ersten aufhebt weil er später kommt und auch authentisch ist bei Al-Bukhari überliefert somit ist die korrekte Meinung die von Abu Hanifa Malik und Es Schafi dass derjenige der sowohl andere Hijama macht und auch derjenige der Hijama machen lässt dass ihr Fasten intakt ist und im Ihram Zustand ist dies auch erlaubt danach sagt der Muellif der aufgrund von Selbstbefriedigung auch den Höhepunkt erreicht sein Fasten ist auch ungültig geworden der Beweis hierfür ist der Hadith von Abu Huraira im Hadith Qudsi Allah sagt dass der Diener sein Essen sein Trinken und seine Gelüste in einem anderen Wortlaut dass er den Genuss und seine Ehefrau unterlässt für Allah und die Gelehrten legen dies als den Höhepunkt aus dass dies zur Folge hat dass das Fasten ungültig wird also annulliert wird wir gehen nun über zu der nächsten Seite Seite Nummer 3 der Muallif sagte Falls nicht, muss er zwei aufeinanderfolgende Monate durchgehend fasten. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist, soll er 60 Bedürftige speisen. Hier behandelt der Muellif die Situation desjenigen, der Geschlechtsverkehr vollzogen hat am Tage des Ramadan, während er fastet. Wie wird Jima'a, also Geschlechtsverkehr, definiert? Wer weiß es? Bitte schön nach Ihnen. Der Bruder sagt, wenn das Glied des Mannes in der Frau eindringt. Was sagst du, Achim? Ich wollte es selber sagen, wenn der Bus den Mann vertreibt. Tayyip, es gibt hier noch ein Detail, die Gelehrten sagen, wenn die Eichel komplett verschwindet. Das heißt, die Motorhaube des Autos, sobald diese schon in der Garage ist, so ist das Fasten gebrochen. Wenn es nur berührt oder zur Hälfte, dann nicht. Diese Person, auf ihn obliegen drei Sachen. Die erste Sache ist, dass er einen Sklaven befreit, falls er einen findet. Falls nicht, kommt dann die zweite Sache in Kraft. Und zwar, dass er zwei aufeinanderfolgende Monate durchgehend fastet. Durchgehend. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist, soll er 60 Bedürftige speisen. Und dies auch mit dieser Reihenfolge. Nicht, du hast die Wahl, sondern diese Reihenfolge. Der Beweis ist der Hadith von Abu Huraira. Er sagte, Einst saßen wir beim Gesandten Allah, als ein Mann zu ihm kam und sagte, Der Gesandte Allah, er sagte, Malak, was ist los mit dir? Was ist geschehen? Ich habe meiner Frau den Beischlaf vollzogen, während ich am Fasten war, im Ramadan. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Ist es für dich möglich, einen Sklaven zu finden und diesen zu befreien? Er sagte, nein. Ist es dann für dich möglich, zwei Monate aufeinander durchgehend zu fasten, ohne Unterbrechung? Er sagte, nein. Ist es dann für dich möglich, 60 Arme zu speisen? Er sagte, nein. Dann sagte Abu Huraira, der Raoui des Hadithes, Abu Huraira sagte, Er sagte, dass sie danach noch eine Weile dort saßen. Und dann kam eine Person zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und gab ihm einen Korb mit Datteln. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wo ist der Fragende? Er sagte, ich, also hier. Dann sagt er, Nimm das und speise damit die Armen, spende dies. So sagte dieser Mann, Gibt es denn jemanden, der ärmer ist, als ich, oh Gesandte Allahs? Er sagte, bei Allah, zwischen diesen beiden Vulkangesteinen, beziehungsweise Vulkanbergen, könnte man sagen, gibt es keine Familie, die bedürftiger ist, die ärmer ist, als meine Familie. Weil Medina befand sich früher zwischen zwei Lavasteingebieten, wo Vulkane früher waren. Und dann sagt Abu Huraira, Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gelacht, bis seine Backenzähne oder Seitenzähne sichtbar waren. Dann hat er gesagt, Speise hier mit deiner Familie. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat dann daraufhin gelacht, dass man seine Seiten oder Backenzähne sehen konnte. Und hat dann diesem Mann gesagt, nimm diese Datteln und speise damit deine Familie. Und dies ist das Verhalten unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dieser edler Charakter. Wie reagieren Brüder in Situationen, die sogar akhaf sind, die sogar nicht so schwerwiegend sind. Es brechen schon fast Schlägereien aus, richtig? Es wird boykottiert, aus der Moschee rausgeschmissen und so weiter und so fort. Man hat dies alles schon erlebt in Köln. In anderen Städten, nur Allah wa alam. Wir sagten, dass dies gilt für die Person, die den Geschäftsakt vollzogen hat. Und hierbei spielt es keine Rolle, ob der Höhepunkt stattgefunden hat oder nicht. Sobald der Mann drinnen war, gilt dies für beide. Also der erste Punkt, was diese Person einhaltet, ist was? Dass diese Person einen Sklaven befreit, falls er einen findet. Wenn nicht, dann kommt die zweite Sache in Kraft, dass man zwei Monate aufeinander folgend, ja, durchgehend fastet. Durchgehend fastet. Was, wenn man aber einen Tag unterbricht? Dann muss man wieder 60 Tage. Nicht 60 Tage. Zwei Monate. Zwei Monate, dann wieder von neu. Von neu. Außer man hat eine Entschuldigung gehabt, Krankheit, irgendwas passiert, ja. Ja, dann ist dies kein Problem, Inshallah. Ja, dies zeigt auch, wie schwerwiegend die Sache ist, ja. Viele Leute, es gibt Leute, die sagen, 60 Tage, wie der Bruder eben kurz gesagt hat. Natürlich, man kann 60 Tage durchgehend fasten. Dann ist man auf der sicheren Seite. Aber korrekterweise, weil wir behandeln hier das islamische Wissen, da müssen wir schon genau sein. Es gibt keinen Hadith, der sagt, 60 Tage. Shahreim mutatabi'in. Also, zwei Monate durchgehend. Zwei Monate durchgehend. Beide Monate könnten was haben? 29 Tage haben. Richtig? Dann wären es nur 58. Oder einer hat 29, der andere hat 30. Ja, dann sind es 59. Oder 30, 30, 60. Natürlich ist man mit 60 Tagen auf der sicheren Seite. Aber das islamische ist halt zwei Monate durchgehend. Wir machen, inshallah, Schluss für heute. Das war's für den heutigen Unterricht. Ab jetzt zählt der Mualif, rahmallahu ta'ala, nur noch Hadith auf in diesem Kapitel. Diese werden wir dann, inshallah, in der nächsten Sitzung behandeln. Wallahu a'lamo sallallahu a'lamo sallallahu a'lamo ala nebina Muhammed.